Moin ihr Zuckerschnecken, heute quatschen wir kurz über den bevorstehenden Wechsel von Morten Thorsby zu Union Berlin. Viel Spaß! 3,8 Millionen Euro. 3,8. Das soll die Ablöse sein, die Union Berlin für Morten Thorsby hinlegt. Und warum ich das so sage? Weil das ein absolutes Schnäppchen ist. Thorsby ist meiner Meinung nach perfekt für Union Berlin. Ein absoluter Mentalitätsspieler, der immer Vollgas gibt und sich überall reinhaut. Ein Spieler, der stark in der Luft ist, aggressiv in Zweikämpfe geht und defensiv bis an seine Schmerzgrenzen geht. Natürlich bekommt Union kein technisches Wunderkind oder sonst was. Thorsby ist weder der beste Dribbler noch der allerbeste Passspieler, aber er spielt immer mit Herz und immer mit Einsatz und meiner Meinung nach ist das genau das, was Union verkörpert. Gerade in der Luft ist Thorsby gefühlt unbesiegbar, weil er einfach immer mit vollem Einsatz reingeht und in alles reinspringt. Ich mag den Norweger wirklich sehr und fand ihn bei Sampdoria eigentlich immer ziemlich gut. Er wurde des Öfteren mal mit Napoli und auch der Fiorentina in Verbindung gebracht, aber nun verschlägt es ihn zur Union. Und ich glaube, bei den Eisernen wird er sich ziemlich schnell zu einem sehr, sehr wichtigen Spieler auf der 6 machen und sich in die Herzen der Fans spielen. Oder besser gesagt, in die Herzen der Fans fighten. Ich gratuliere Union Berlin wirklich zu einem sehr, sehr guten Transfer, vor allem für den Preis. Davor ziehe ich meinen Hut. Aber was meint ihr? Findet ihr auch, dass Union mit Morten Thorsby einen wirklich überragenden Transfer gemacht hat? Oder eher nicht? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Lasst gerne auch ein kostenloses Abo und ein Like da, um den Kanal zu unterstützen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut. Haltet die Ohren steif und ciao, ciao.